Ausgeschlafen und somit gut gelaunt in die kalte Jahreszeit Rückenschmerzen zählen auch im 21. Jahrhundert zu den größten Volkskrankheiten. Unabhängig von Alter, Bevölkerungsschicht oder Berufsgruppe, Rückenschmerzen können jeden treffen. Eine Umfrage der Aktion Gesunder Rücken zufolge geben 70% von 1000 Befragten an, mindestens einmal im Monat unter Rückenschmerzen zu leiden. Rund zwei Drittel fühlen sich durch ihre Schmerzen in der Lebensqualität eingeschränkt. Wie schlafen Sie? Schlaf ist die wichtigste Regenerationsphase für Körper und Geist und die perfekte Basis für ein gesundes und bewegtes Leben. Wie man sich bettet, so liegt man. Nachhaltig gesund mit einem Komplettsystem von Relax. Nutzen Sie die Vorteile des Relax 2000 Bettsystems in Zirpe als Set. Naturlatex-Matratze, Zirbenauflage und Zirpenkissen. Bei uns gibt es für Sie umfassende Möglichkeiten. Finden Sie eine große Auswahl an Bettsystemen, Kissen, Matratzen und vielem mehr. Kernstück des Relax 2000 ist das innovative Tellersystem mit seinen einzigartigen Spezialfederkörpern, von denen sich jeder einzelne perfekte Schlafposition, den Bewegungen und der Körperform anpasst. Dank dieser optimalen Ergonomie wird die Wirbelsäule perfekt entlastet, auch Schulter-, Nacken- und Beckenbereich sowie die Bandscheiben werden entspannt. So schläft man mit einem Relax 2000 quasi wie auf Wolken. Interesse? Dann nutzen Sie die Zirpen-Aktionswochen bis zum 9. Oktober 2022. Profitieren Sie von einem Gutschein über 150 Euro. Nutzen Sie die Zirpen-Aktionswochen vom 17. September bis 9. Oktober 2022 für sich. Vereinbaren Sie einfach Ihren persönlichen Termin bei uns, Ihrer Wohn- und Schlafberatung Markus Kapp. Sie finden uns nicht nur in unserer Ausstellung, wir sind auch viel für Sie unterwegs. Wo wir auch für Sie sind? Lebensart Weinheim vom 16. bis 18. September, Rimbacher Herbst am 9. Oktober und auch am Adventsmarkt der Firma Berg & Sohn in Fürth am 19. und 20. November. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie sicherlich? Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020